wir leben in einer welt in der die datenmenge die informationsmenge insgesamt stetig wächst ja und zwar sogar exponentiell wir haben immer mehr daten immer mehr informationen und irgendwie gehen dabei die basics unter ich möchte das kurz erklären wir sind ja darauf angewiesen dass die wirtschaft ständig wächst dass die leute immer mehr kaufen dass die leute auch dinge ersetzen die sie eigentlich noch benutzen könnten einfach gegen was neues was eben schöner besser toller wie auch immer ist um ja um den wirtschaftskreislauf so am laufen zu halten und was für dinge gilt gilt so ein bisschen auch für informationen und für wissen ja wir müssen ständig neue dinge wissen um unser leben auf die reihe zu kriegen ja was zum thema ernährung als richtig erachtet wird ändert sich ständig und noch so ein paar andere sachen ja und vor diesem hintergrund er passiert recht schnell dass man die basics aus den augen verliert dass man irgendwie das gefühl hat es kommt darauf an so ja immer auf dem neuesten stand zu sein immer den allerletzten trick irgendwie zu kennen und dass es eben auf sowas drauf ankommt ja und gar nicht mehr wirklich auf die fundamentalen basics sage ich mal ja was sind basics unter basics verstehe ich eben kenntnisse und wissen die seit vielen jahren seit vielen jahrzehnten jahrhunderten eigentlich bekannt sind und die zu guten ergebnissen führen ohne die sache unglaublich zu verkomplizieren ja zum beispiel bei der ernährung wäre so ein basic dass man eben sachen ist die irgendwie aus dem garten kommen irgendwie selber angebaut wurden die irgendwo gewachsen sind und nicht was was aus der fabrik kommt wer sich beispielsweise an dieses basic hält diese einfache regel der wird bei ernährung schon super vieles richtig machen aber wenn man sich mit ernährung so in der heutigen zeit beschäftigt wer eben liest was alles so im internet auf blogs und so weiter erklärt und diskutiert wird da kriegt man halt den eindruck dass es auf diese sachen schon gar nicht mehr so ankommt der sondern dass man auch da unterscheiden muss ob man jetzt öl aus dieser oder jener pflanze zu sich nimmt ob man jetzt dieses oder jenes gemüse ist ob man seine ungesättigten omega-3-fettsäuren aus hiasamen oder aus leinensamen auf aufnimmt ob man ja zu dieser oder jenes jener jahreszeit lieber das oder das essen soll und so weiter und so fort und ja wir menschen wir gehen halt mit so einem tunnelblick durch die welt ja wir sehen eben nicht klar und sehen nicht das ganze szenario sondern wir lassen uns von solchen diskussionen sage ich mal unseren tunnelblick einfangen und wir sehen dann nur noch diese spezialitäten diese besonderheiten und verlieren eben den blick für die basics noch ein zweiter grund warum die basics heutzutage so unterschätzt werden weil die basics die sind den meisten leuten ja schon bekannt jeder weiß dass er nicht irgendwelches fabrik essen essen sollte sondern lieber irgendwas gesundes was draußen gewachsen ist ja jeder weiß das im grunde genommen aber wir menschen wir machen es trotzdem nicht oder viele menschen machen es trotzdem nicht weil es eben einen drang irgendwie eine kraft gibt die uns zu diesem fabrik essen hinzieht also fabrik essen und gesundes essen das ist jetzt hier nur ein beispiel also es gilt für sehr viele andere wissensbereiche und lebensbereiche natürlich auch auf jeden fall wenn wir eben anerkennen würden dass es hauptsächlich auf die basics ankommt die wir ja wissen ja dann müssten wir ja zugeben dass wir selber irgendwie so ein bisschen unfähig sind unfähig uns an die basics zu halten ja unfähig irgendwie stark zu bleiben und nicht dem 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 ja der versuchung zu verfallen irgendwie die ungesunden dinge von denen wir ja eigentlich wissen dass sie ungesund sind zu konsumieren und stattdessen reden wir uns ein dass wir eben irgendwelche besonders ausgefallenen strategien denkweisen und so weiter brauchen um dieses feld zu meistern das ganze ist gerade ein bisschen abstrakt geworden und ich hoffe du verstehst es trotzdem worauf ich einfach hinaus will ist dass man mit den basics schon sehr sehr viel erreichen kann und dass man gar nicht unbedingt immer bis in die kleinsten details muss weil uns wird ganz gerne suggeriert heutzutage dass schon unglaublich vieles akkurates wissen zu den einzelnen themen existiert wer einen ernährungs blog liest wer einen experten hört der über ernährung redet der wird eben den eindruck haben boah die wissenschaft die weiß schon ganz schön viel ja da ist schon so viel bekannt man weiß da solche kleinen details und so weiter und ja zum teil stimmt das auch dass man diese kleinen details schon weiß aber aus diesen kleinen details werden eben irgendwelche schlussfolgerungen gezogen da wird interpretiert und dann entstehen eben regeln nach denen man leben sollte und bei dieser interpretation da gibt es eben freiheiten und ein anderer wissenschaftler der ja aus ein bisschen einem anderen hintergrund kommt der könnte diese gleichen ergebnisse total anders interpretieren und genau das sieht man ja auch häufig ja man sieht zb wissenschaftler ernährungsexperten die einem dazu raten man solle sich ohne kohlenhydrate ernähren möglichst ja low carb denn kohlehydrate so die theorie die machen uns dick die gehen eben in die fettzellen und ja wir werden dann halt übergewichtig und naja wenn man sowas eben hört dann kommt einem das wirklich sehr sehr ja eindeutig vor und man will es schon glauben man hat da seinen tunnelblick und ja sieht eben die ganzen gegenargumente und so weiter nicht wenn man aber den anderen experten hört der eben sagt ja hier wir müssen uns an die ernährungspyramide halten die basis sind eben brot kartoffeln und andere kohlenhydrate und es gibt auch massenhaft leute die sich genauso ernähren die eben nicht übergewichtig sind ja und wer eben sowas hört der kriegt da den tunnelblick und ja versteift sich eben auf diese regeln und hält diese regeln für richtig aber es kann eben nicht beides gleichzeitig die einzige wahrheit sein sage ich mal sondern die wahrheit ist eben dass es in vielerlei hinsicht keine eindeutige wahrheit gibt sondern dass es eben viele verschiedene möglichkeiten gibt und dass man ja obwohl wir heutzutage schon sehr vieles wissen und sehr viele informationen haben ja sehr viele daten wir trotzdem noch nicht so eindeutig wissen was richtig und was falsch ist und das ist auch ein sehr gutes argument warum man sich wirklich auf die basics verlassen sollte die sich bewährt haben weil es ist ja so es gibt ja verschiedene themen bereiche verschiedene lebensbereiche verschiedene dinge die eine rolle spielen ja zum beispiel für die gesundheit ist nicht nur die ernährung wichtig es gibt sehr viele faktoren die einen einfluss auf die gesundheit haben da wäre die ernährung der schlaf bildung die sozialen beziehungen die finanzielle situation ja mindestens diese fünf wahrscheinlich sogar noch mehr sachen haben einen großen direkten einfluss auf unsere gesundheit und wenn man sich nicht auf die basics konzentriert sondern stattdessen irgendwie versucht so es komplett perfekt zu machen ja und sich dann in so details verrennt die richtig erscheinen dann läuft man ganz schnell gefahr eben die ganzen anderen gebiete aus den augen zu verlieren und es ist eben besser im möglichst allen bereichen die basics richtig zu machen ja anstatt eben in einem bereich perfekt zu sein und stattdessen alle anderen bereiche zu vernachlässigen und ja ich habe auch diesen kurs dahingehend aufgebaut habe die ganzen themen auch so ein bisschen dahingehend ausgesucht dass es eben keine so ausgefallenen komplizierten dinge sind die man auch anders sehen könnte sondern es sind wirklich alles ja alles basics ja sozusagen und es ist auch gar nichts falsch daran oder gar nichts uncool an basics ja einfach nur die basics zu beherrschen ist auf jeden fall nicht schlecht und meiner meinung nach sogar der richtige weg ich habe ein paar fragen an dich und zwar die erste frage wäre ja bist du auch jemand der ganz gerne versucht die dinge perfekt zu machen und dabei vielleicht die ganzen anderen gebiete die auch eine rolle spielen aus dem blick verliert ja also stichwort tunnelblick und meine zweite frage wäre wenn du so jemand bist ja und dich schon immer so auf diese feinheiten versteift hast hast du das gefühl dass dir das wirklich was gebracht hat also hast du jemals dadurch dass du über die basics hinaus noch ja so fein tuning betrieben hast irgendwelche feineinstellungen hast du da wirklich einen großen sprung bei deinen ergebnissen verspürt oder war es eher so dass das nicht mehr besonders viel ausgemacht hat und die dritte frage wäre bist du jemand der sich auf ein gebiet so richtig einschießt und sich da spezialisiert und die anderen gebiete aus den augen verliert dabei oder bist du eher jemand der naja der eben möglichst alles beachtet aber bei allem nur eben versucht die basics richtig zu machen noch nachtrag zu dem thema jetzt mit dem ja mit den mehreren dingen die eben eine rolle spielen ja man muss halt auch sehen klar es sind jetzt einzelne themen wie ernährung schlaf bewegung bildung und so weiter aber diese ganzen dinge sind ja nicht unabhängig voneinander ja es ist nicht so wie ein haus was auf säulen steht und man kann da eine säule wegnehmen und die anderen säulen bleiben genau in der form erhalten sondern bei diesen ganzen gebieten ist es eben so dass die ja auch untereinander wechsel wirken ja dadurch dass ich zum beispiel meine ernährung verbessere verbessere ich gleichzeitig auch die bedingungen die nötig sind um zum beispiel bildung zu erhalten ja und wenn ich mehr bildung erhalte dann verbessere ich gleichzeitig die möglichkeiten eben mehr leistung zu zeigen und deswegen finanziell besser aufgestellt zu sein und so weiter ja das sind eben alles säulen die sich gegenseitig verstärken und deswegen profitiert man halt mehr davon wenn alle säulen ungefähr gleich stark sind als wenn man eine richtig starke säule hat und die anderen säulen schwach sind denn die schwachen säulen die schwächen immer auch die stärkste säulen also das ist etwas was man meiner meinung nach beachten sollte und weil wir menschen halt ja eben grenzen haben in unseren fähigkeiten gelingt wird es uns eben nicht gelingen fünf säulen wirklich stark zu machen ja sondern wir haben eben meistens nur entweder die wahl wir machen eine säule richtig stark und vernachlässigen alles andere oder wir machen eben alle säulen mittel stark und ich bin mir ziemlich sicher dass es fast immer besser ist möglichst alle säulen mittel stark zu machen als eine säule richtig stark und alles andere zu vernachlässigen danke fürs zuschauen wir sehen uns demnächst wieder bis dahin tschüss